Wir von ThyssenKrupp wissen, wer vorwärts will, muss was bewegen. Kein Platz für festgefahrene Strukturen. Zeit aufzuräumen. Dabei bekommen wir eines immer auf die Reihe. Etwas, das uns trotz aller Vielfältigkeit zusammenschweißt. Der Wille, jeden Tag aufs Neue unser Bestes zu geben. Mit Nerven aus Stamm und nem offenen Uhr fürs Team. Egal was kommt, wir beißen uns durch. Nur wer sich streckt, kann über sich hinauswachsen, Stürmen trotzen und daraus Rückenwind gewinnen. Also lasst uns nach vorn blicken und neue Geschichten schreiben. Mit Menschen, die zusammenhalten und Vielfalt leben. Jederzeit, überall auf der Welt. Herzlich, ehrlich, entschlossen. Das ist ThyssenKrupp. Ein starkes Team, bereit für die Veränderung. Das Neue, die Zukunft. Das sind wir. Die Generation TK. Die Generation TK. Vielen Dank.